Ja, grüß' sich alle miteinander, hallo zusammen, herzlich willkommen bei Hörweg-Richt. Heute gibt es dieses, schaut's her, 1,1 Kilo schwere Porterhouse-Deck von Almar von Schiedenhofer. Ein Hammer-Teil, das werden wir zuerst kalträuchern, dann so weit gehen und am OFB eine herrliche Kruste nachher noch zu arbeiten. Wenn's wissen wollt, wie das fertige Ergebnis ausschaut, dann schaut's einfach zu. Bis dann! Ja, wir haben da unser Steak, und zwar ist das, kommt das von der Selektion von Almo, da werden nur die schönsten, besten Rücken genommen, und zwar hat es ein BMS von 4 Plus, was heißt BMS, Marshall machen müssen, BMS heißt Beef Marbling Skull, die ist unterteilt in 12 Stufen und zeigt hier die Fett-Marmorierung umso mehr umso eine höhere Stufe. Und da werden speziell von Han selektiert nur die besten Nummern. Schauen wir mal aus, wie das ausschaut. Schneiden wir das Ganze mal auf. Das sind 4 bis 5 Wochen 3 Ingen, und zwar in reife Kühlschrank. So, das ist nun der Knochenschutz. Und Leute, echt schon leicht nussig, und wie gesagt, ein wenig Abdruck bleibt, toll gereift, passt wunderbar. Was machen wir jetzt? Nicht viel, wir nehmen das gute Steak jetzt, deines Trockentupfen, und gehen dann raus, wo ich gerade Schinkenkeilträuchern tue. WSM Smoker, Mottersmoker, und dort wird es rauflegen, und lassen wir es für 1-2 Stunden miträuchern, damit wir eine leichte Rauchnote haben. Wir sehen uns draußen. Ja, wie man sieht, da hängt der Schinken, da unten ist der Sparbrandbrenner, gell? Es räucht schon, und da werden wir jetzt so unser Steckerl da, ein bisschen rauflegen. Deswegen, wer Weihnachten kommt, machen wir mal was Besonderes, ein bisschen was Längerwieriges, und lassen das dann miträuchern. Schaut euch das nochmal an, also die Marmorierung, das ist ein Wahnsinn. Beim steuerischen Almachsen, gut. Wir lassen das jetzt ein bis zwei Stunden, dann werden wir es vakuumieren, und dann haben wir es in so Wittgara. So, zwei Stunden sind nun, wir nehmen unser Fleisch jetzt runter, und gehen es einvakuumieren. So, dann haben wir jetzt unser Steckerl, das riecht schon nach Rauch, rein damit. Dann haben wir da zwei Butterflockeln, immer auch rein, und ein Rosmarin, dann haben wir ein bisschen anknacksen, damit die, damit das eine Aroma besser entfaltet, damit es jetzt vakuumiert. Ja, da ist unser Prachtexemplar, es sei einvakuumiert, und das kommt jetzt ab ins Wasserbad. So, unser Steak geht jetzt baden, bei 54 Grad für gute zwei Stunden, also zwei Stunden genau eigentlich, müsste dann fertig sein. Und da ist das Ding. Auf zum zweiten Teil. Ja, so schaut das Steak nach zwei Stunden so wieder aus, bei 54 Grad, wir werden jetzt nur das Fett einschneiden ein bisschen. Das ist ja eh... Salz, wenn wir es nachher, und jetzt kommt es dann Rotenpupfen nach. Und dann geht's am Alf B. So, der Grille ist nacke-heiß. Jetzt nehmen wir unser Porterhaus her, und da schaut her. Also, da geht eines raus, ohne Probleme. So, raus. Gut, los geht's. Ich schiebe mir damals ein bisschen weiter herunter. Ah, das ist Musik. Das ist circa eine halbe Minute, nicht zu lange. So, jetzt sehen wir das Ganze eben drin. Das finde ich auch einmal so, ganz kurz nur. Dann wird das vielleicht auch noch eine schöne Größe gekriegt, und dann werden wir das wenden. So, wir wenden das Ganze, und die zweite Seite auch schön genussprig wird. Und los geht's. Einmal noch kurz, und dann lassen wir es gut sein. So, unser Steak einmal rein- und ruhen lassen. Ja, da haben wir jetzt unser Porterhaus nach fünf Minuten rumlassen, werden wir es jetzt einmal anschneiden und schauen, was daraus geworden ist. So, und dann haben wir das Filet. Dann schneiden wir es sich guter Zeit. So, dann haben wir das Rauspief. Jetzt werden natürlich viel zu viele sagen. Das ist viel zu durch. Aber, schauen wir mal, bei uns mag das keiner so extrem. Das ist jetzt hier. Das ist schön rosa noch. So. 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 dann kostet man mal das Roastbeef. So. 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 ist nicht unbedingt notwendig, aber sonst ganz zart, leichter nussiger Geschmack von Dreitsch, einfach der Hammer. Da haben wir jetzt das Filet, ist viel zarter und was eigentlich komisch ist, fast intensiver als das Roßbeef. Nussiger und feiner. Also einfach der Hammer. Ich werde jetzt gemütlich essen und dann gibt es ein Fazit. Ja, kommen wir zum Fazit jetzt. Steak war sensationell. Danke an allem, wirkt ein tolles Fleisch. Eins muss ich jetzt noch sagen, zu den ganzen Räuchern vorher, werde mir nicht auffallen, dass es irgendwie anders gewesen wäre, weil ich sehe, durch den OFP die Kruspe, also da ist eh, meine Aromen freigesetzt. Wie gesagt, ich habe Schinken geräuchert, war ein Nebeneffekt, extra würde ich das nicht machen. Von Sourid her, spitzenmäßig, gleichmäßig, man hat es ja gesehen, mein Knochen ist es ja, hat wirklich gepasst. Der, was natürlich das blutige Mühe nimmt, nicht 54, sondern nur 51 oder 52 Grad, wird das jeder mag. Ich meine, das Fleisch ist sicher kein Schnäppchen, kann man jetzt mit Feiertage sehen, für besondere Sachen nehmen. Aber meine Devise ist auch immer, man muss auch, wie gesagt, bei der letzten Folge Short-Trips, was eigentlich ein paar Euro das Kilo kostet, kann man auch tolle Sachen zaubern. Da sind die Gegebenheiten schon da, bei so einem Fleisch, also man kann es verbrennen oder überwürzen oder was, aber sonst ist das perfekt und gelingt eigentlich fast immer noch an gewisse Regeln beachtet. Soviel zu dem, ja, ich hoffe euch hat es gefallen, misst ihr Däumchen nach oben, Kommentar oder da könnt ihr meinen Kanal abonnieren, einfach das Kanal logo anklicken. Ich wünsche euch und euren Familien gesegnete Weihnachten, einen guten Rutschen ins neue Jahr. Vielleicht kommt noch ein Video, ich weiß es noch nicht, werden wir es eben wieder zukommen. Gut, das war es für heute wieder, tschüss Papa und vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.